Die Arbeitsbedingungen in unseren Fabriken sind besser als je zuvor. Es fehlt jedoch noch ein Baustein, wie sich die Mitarbeiter auf dem Werksgelände fortbewegen. Die meisten Fabrikarbeiter müssen mehr als 10 Kilometer pro Tag laufen. Langfristig bedeutet dies einen enormen Druck auf den menschlichen Körper. Zudem verringert die Gehzeit die Gesamtproduktivität. Mit Stigo Fleet werden Mitarbeiter gesünder und Unternehmen effizienter. Unser Service ist einfach. Gegen eine feste monatliche Gebühr stellen wir Ihrem Team maßgeschneiderte Elektrofahrzeuge zur gemeinschaftlichen Nutzung in den Fertigungshallen oder im Freien zur Verfügung. Wie es funktioniert. Erstens erzählen Sie uns von Ihrem Unternehmen. Zweitens, wir finden die richtige Lösung für Sie. Drittens, Ihr Team kann mit der Nutzung der Fahrzeuge beginnen. Viertens, Ihre Mitarbeiter sind gesünder und produktiver. Unser Full-Service garantiert Ihnen, dass sich Ihre Flotte jederzeit in einem hervorragenden Zustand befindet und sicher im Gebrauch ist. Füllen Sie unser Online-Quiz aus und erfahren Sie, wie Sie von unserem Service profitieren können.